Sie schlafen, zwei auf einmal. Hatte ich noch nie, mein Gott, ich bin schrecklich aufgeregt. Ich glaube, ich mache es so. Den Jungen sperre ich ein und das Mädchen, ja, das, das muss ich für mich arbeiten. Das ist eine gute Sache, oder? Ja, 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 so mache ich, so mache ich es. Das ist eine gute Sache, oder? Ja, 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 ja. Wenn Kinder kaufen müssen, Kinder sich verlaufen und finden sie aus dem Wald heraus, dann mache ich schon, dann mache ich schon in meinem Zeltverkuchen auf!